Was wird denn das? Was? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. So schön einsam hier, na komm schon. Ich hab Nein gesagt. Ach Arne, bitte, ich brauch das jetzt sofort. Nein! Frau Wolf. Der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter 10 Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich hab bereits ein Kind verloren. Das zweites Mal übersteh ich das nicht. Hi there. Hi. Kann ich dir eine Frage stellen? Sure. Da! Ja, setz dich doch. Ich hab uns auch ein bisschen was vorbereitet. Was soll denn das werden? Nix. Ich dachte, es war doch schön und vielleicht... Willst du mich wieder flachlegen? Möchtest du was trinken? Wenn du meinst, ich ficke mit dir nur, weil du was für mich getan hast, vergiss es. Möchtest du was? Bis zum nächsten Mal.